Hallo zusammen! Genau, dann sind wir heute hier aus unserem Tanzclub mit der Annika. Ja, mit der Annika und ich, die Annika. Und da wir auch von der aktuellen Situation ja nicht tanzen können, hast du mir das nicht gemeint, denn in unserem Tanzclub haben wir heute einen super Ersatz für euch. Und zwar einen kleinen Tanzbett, in dem ihr alle gleich direkt mitmachen könnt. Dafür gibt es eine kleine Erklärung vorher, damit ihr auch bescheiden wisst, was da überhaupt passiert. Wir brauchen folgende Bewegungen. Wir schnippen einmal mit der rechten Hand immer so ein bisschen nach außen, nach außen, nach außen, nach außen und so weiter. Dann brauchen wir Klatschen. Wir klatschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das könnt ihr mit Füßen machen oder auch nur Klatschen oder nur die Füße. Das könnt ihr ganz allein für euch selbst entscheiden. Dann öffnen wir in einer offenen Position und ziehen ein bisschen seit, seit, seit gerne. Ohne Arme bemühten oder eben nur den Arm rausnehmen. Auch da könnt ihr flexibel sein und kreativ, wie es für euch am angemessen ist. Und dann kommen wir zum Hauptteil der ganzen Kobiografie. Wir gehen mit zwei Schritten nach rechts und heben den rechten Arm und haben 1, 2, 3, 4, den linken Arm. Das macht ihr super. Und tief ziehen. Und weiter tief. Wir gehen vorwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt kommt der berühmte Tanzfehler mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir boxen vorwärts. 3, 4, 5, 6, 7. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir nehmen den Arm hoch, hoch, tief, tief. Noch mal hoch, hoch, tief, tief. Danach sind unsere Schultern drangekreisen. Die Schultern schön langsam und jeder entscheidet sein eigenes Tempo. Bis es dann wieder quasi weitergeht mit dem Hauptteil der ganzen Kobiografie. Und auch hier nochmal dazu gesagt, kann jeder für sich selbst entscheiden. Auch man vielleicht nur die Arme nimmt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tief ziehen. Und weiter. Und auch hier kann man nur rollen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und den Finger. 2, 3, 4. Also es kann alles frei und flexibel variiert werden, wie es für euch am liebsten ist. Als letztes brauchen wir noch den Kopf. Das heißt, wir dehnen den Kopf von der einen Seite zu anderen. Seid hier auch schon vorsichtig. Versucht relativ komisch zu atmen in dem Ganzen. Und entspannt zu bleiben. Und damit darauf zu achten, dass eure Schultern nicht oben sind. Genau. Jetzt machen wir das Ganze mit Musik. Und vorne abwünschen wir euch schon mal gespannt. So, und das Ganze mit Musik. Ich hoffe, ihr seid bereit. Seid ihr bereit? Ja. Es geht los mit dem Schnell. Anstrahl. Langstrahl. Sehr gut. An die Atmen. Hier, zwei. Sehr gut. Du hast es so. Seid. B one ja alt marschwecher vier zwischsein vier uners ausschauer last ausschauer schauer 4, 3, 2, 1 2, 2, 1 2, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 And pop Oh, no darling, no wind, no rain Oh, it's so cold Can't touch me baby, cause you're the only one That ain't gonna bounce tonight, yo Ain't nobody know Ain't no river right enough If we can get to you No one else Ain't nobody know Ain't nobody know Ain't no river right enough On Twitter If we can get to you If we can get to you Das war's. Vielen Dank.